Wir sind zurück bei Let's Play Star Wars Battlefront 2 und ja, ihr seht es ja schon, wir sind hier im Sternenzerstörerchen, was wir in die Luft jagen wollen, mal wieder kleine Infiltration und pipapo mit unserer Tochter unterwegs. Jetzt müssen wir irgendwie nach da unten kommen, will ich mal machen. So. Okay, und jetzt sollen wir die Taille aktivieren. Ne, da können wir noch ein leichtes Geschütz nehmen. Ah, können wir uns mal, haben wir zwei, aber das Ding hier ist besser. Okay, obwohl das Geschütz ist in dem Fall vielleicht doch besser. Ich weiß es nicht, wir haben auf jeden Fall die Megapower. So, es gibt zwei Eingänge, von den anderen Seiten können sie uns nicht erwischen. So, platt. Ich finde es übrigens ein bisschen schade, dass Mutter und Tochter so unemotional sind, obwohl ihr Vater bzw. ihr Mann gestorben ist. Es kam gar nicht so richtig rüber, vielleicht kommt das noch. Es ist ja auch Action im Moment angesagt. Nichts da, Kleiner. Kriegst du, kriegst du. Ah, sie gönnt sich das schon selber. Sie ist auf jeden Fall eine größere Hilfe als der Schrift, muss ich ja mal sagen. Jetzt müssen wir hier verteidigen und warten. Scheiße. Döhnbänen habe ich gestört. Der hat mich einmal gegrillt, der Assi. Heilung, bitte. Er schiebt auch nicht, schiebt zurück. Okay, ich hoffe, das läuft. Als Geschütz wäre ja besser gewesen. Dürft doch endlich. Jetzt haben wir ja eine Frambo-Killer-Braut gemacht. Geht auch manchmal, klar. Okay, da kommt der Nächste. Boah, wie viele Feinde das mittlerweile sind, bei den Missionsumfassbar. Komm schon, sieh. Ja, ja, die kommen aber von allen Seiten. Problematisch. So. Den kann ich fast nicht machen. Einmal heilen. Ja, Mann. Boah. Schaff einziehen. Verstehen. Verdammt. Oh nein. Verdammt, da ist noch was. An der Nächste. Ich habe keine Heilung parat. Okay, was jetzt? Wohin? Sicherheitsführendriegel. Wir können doch jetzt hier irgendwo raus, oder? Zeigen wir den Weg. Das ist noch irgendwer. Ah, da hinten ist der lang, oder was? Okay. Okay, okay. Na gut, dann machen wir das mal für der. Die Profilien liegen einfach. Die spawnen natürlich auch noch weg, aber er ist schon hardcore. Dio, pack den Computer. Schick die Verstärkung woanders hin. Platzieren wir die letzten Ladungen. Und dann ab zur Widerstandsbasis. Zwei Stricklinge bei der Kommunikation. Alle sofort dorthin. Wir sind nicht hier. Überall gibt's gut sein. Ja. 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 Lass ihn mal laufen, lieber. Alarm, alle Truppen zum Steuerbord, Kasach. Achtringlinge sind auf Ort. Alles frei. Willst du los, Mann? Die letzte Ladepfläche? Klar. Dann suchen wir Schrift und verschwinden. Achtringlinge verloren. Machenbruch durchsuchen. Zay? Lass mich los. Nein. Das ist die Alten, die ich kenne. Mutig. Unberechenbar. Benutz deine Waffe. Los, benutze deine Waffe. Zay. Alles okay. Mutterschaft hat dich weich gemacht. Nichts. Nein. Nein. Ich bin dich. Du bist. Du bist. Adios, husk. Komm schon, Zay. Komm schon. Danke. Alles okay? Bin okay. Du? Bestens. Bringen wir es zu Ende. Stoppen wir dieses Schiff. Heiliger Bimba. Wir haben das geschafft. Hey, Mom, was ist los? Hey. Nein, 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 er hat nicht, er konnte nicht. Okay, Mom, du brauchst jetzt Hilfe. Komm schon, Mom, komm schon. Hör auf, es ist zu spät. Es ist zu spät. Hör zu. Du musst Dio unbedingt zum Widerstand bringen. Hast du verstanden? Nein, wovon redest du überhaupt nicht? Alles wird wieder gut. Nein, wird's nicht. Ich brauche dich. Wie kannst du so ruhig sein? Komm jetzt. Ich habe Angst. Ich habe mehr Angst vor uns scheitern, als vor dem Sterben. Ich habe Hoffnung wegen dir. Hör zu. Hör zu. Wir kämpfen. Damit andere leben. Und wenn wir sterben, dann tun wir das aus demselben Grund. Verstehst du das? Ich liebe dich. Ich liebe dich, Mom. Ich wünschte, du könntest dich jetzt sehen. Was zur Hölle? Mom. Ja, es war ein schreckliches Ende. Aber sie ist stolz im Kampf gefallen. Im Leben. Wie unsere Heldin ist gerade gestorben, Leute. Aiden, Zay, seid ihr da? Ich hoffe, ihr seid bereit. Wir müssen nämlich weg. Ich bin allein, Triff. Sie ist tot. Es ist okay. Sie hat es geschafft. Sie schafft es immer. Kontaktiere den Widerstand. Sag ihnen, dass das hier erst der Anfang war. Denn die erste Ordnung wird kommen. Aber wir haben Hoffnung. Und es ist diese Hoffnung, die uns den Sieg bringen wird. Mann, 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 Mann. Bestimmt ihn? Sektor sicher Widerstandsbasis. Kein Anzeichen der ersten Ordnung. Moment. Kein Kontakt. Hier spricht, hier spricht Schiff sogar Freigabe-Code 73-Tau. Wir sind Verbündete und bitten um Landeerlaubnis. Bitte erschießt uns nicht. Landeerlaubnis verweigert. Aber, aber ich habe bitte gesagt. Warten Sie auf Anweisungen. Das passt schon. Wir müssen nur erklären, was los ist und... General Organa. Schiff, ich habe Ihre Nachricht erhalten. Dann musst du Zay sein. Das mit deiner Mutter tut mir wirklich sehr leid. Sie war eine komplizierte Frau, aber mit ihr war diese Galaxis eine bessere. Danke, Mab. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Wir haben etwas für Sie, General. Pläne für den Dreadnought der ersten Ordnung. Die Übertragung läuft. Ich leite Sie sofort an Commander Dameron zur Analyse weiter. Ich bin bereit für den Kampf, General. Das glaube ich dir, aber... Der Widerstand evakuiert. Die erste Ordnung kommt immer näher. Statt sie frontal anzugreifen, habe ich eine dringende Mission für euch. Wir haben Verbündete im Outer Rim. Ich brauche ein Team, das sie sucht. Ich weiß, ihr seid müde. Habt unglaublich viel gekämpft und so viel verloren. Aber ihr müsst weitermachen. Schafft ihr das? Sie können auch uns zählen, General. Viel Glück, Inferno-Trupp. Mann, 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 Mann. Ja, und das war es von dem The Last Jedi Download-Inhalt. Resurrection, Wiederbelebung. War auf jeden Fall ein cooler DLC, muss ich einfach mal sagen. Kann man in den Raum werfen. Hat Spaß gemacht, definitiv. War aber ein bisschen unemotional, fand ich alles. Also, ich finde, es sollte bei Battlefront 2, hätte ich mir gewünscht, dass es noch ein bisschen mehr Verknüpfung gibt. Noch ein bisschen mehr Storytelling, noch ein bisschen mehr Emotionen, noch ein bisschen mehr Character-Building. Dass die Charaktere mehr zum Vorschein kommen. Die sind manchmal halt einfach so da. Und man ist jetzt nicht mega traurig, dass Aiden oder Eden halt gestorben sind. Und auch bei, ja, doch, da war ich schon trauriger. Bei Dale war ich schon ein bisschen trauriger. Es war emotionaler gestaltet. Jetzt gerade, es war auch emotional, aber ein bisschen sehr heroisch, will ich mal behaupten. Ja, ich würde mich freuen, wenn es dann mit Zay im nächsten DLC weitergeht. Und vielleicht ist er ja schon da. Schau doch mal in der Playlist vorbei. Weil ansonsten heißt es natürlich warten und viele andere Videos gucken, die du alle auf meinem Kanal finden kannst. Und wenn du kein Video verpassen willst und pünktlich informiert werden willst, wenn es hier wieder neue Videos zu Star Wars gibt, denn jetzt wird erstmal wieder fleißig entwickelt, ja, dann kannst du meinen Kanal auch völlig kostenlos abonnieren und die Glocke drücken, wenn du überhaupt nichts verpassen willst. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Fand das auf jeden Fall einen sehr, sehr coolen DLC. Ist natürlich meckern auf hohem Niveau mit diesen Emotionssachen, aber hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Hätte man noch ein bisschen mehr platzieren können und noch ein bisschen mehr alles verknüpfen können. Finde ich persönlich, weil Star Wars ja auch emotional ist. Also von dem Film her. Ansonsten, was haltet ihr von The Last Jedi? Lasst es mich wissen und auch von diesem DLC. Ja, ich würde mich freuen, euch dann in einem der nächsten Videos wiederzusehen. Bis dahin. Ciao. The Empire's time has come. This is not our mission. I am your commander. Stand down. You take orders from me.